Was? Was ist das denn? Ja wieso bist du so weit? Keine Ahnung Das ist so P-Klasse hier Und noch die XP-Cheats Oh mein Gott Das ist alles Deep Silver Das ist alles Deep Silver Guck mal die ist zum Beispiel auch da angeben Die ist jetzt meine Die ist bestimmt auch besser als meine Nee Aber nicht besser als meine Guck mal wie Scheiß es jetzt aussieht Wen sind wir hier schon mal weiter jetzt Yeah, Fortschritt Oh 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 Sammelt schon mal eure Balken für den Endboss Oh 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 du benutzt die Gelbe Alter die wollen alle mich haben Was ist das denn für ein Scheiß Ach das gibt's ja auch noch Die Gelben Ich verliere mich im Moment die Tümmel Ja Ob ich einfach in irgendeiner Richtung Bei Pink ist es auch besonders schwer Weil hier alles Pink ist Also dieses Gebiet ist grad voll Pink Bei mir geht's in Blau Obwohl die Flügel von den Viechern sind Blau Ja Wir machen hier AOE oder so ne Scheiß kann das sein Hier ist hin Ich bin nur noch Level 23 Warte ich muss dann eben schnell neue Stufe Weiß ich die Kacke Ja Ja Wie viel Level kann man hier erreichen? Kann man hier alles voll machen? Burtst du Königin Wo bin ich denn? Achso Ich würde am Ende nicht Wo ist die? Die da in der Mitte? Die große Fliege da Achso hier ok Haha Autsch Junge ich mach Ich mach glaube ich 5x900 Damage Oder öfters Mit der Ultimo Ok'n Shit Soll der Balken ist doch direkt auf fast 0 geschlagen oder? Ich hab grad mal ein Viertel wenn überhaupt Ihr abgezogen Du hast schon Drei Viertel oder so Zwei Drittel Ja Was halt easy Kein Kommentar Ja ich skalier halt so ins Late Game eher und Äh Skalier ist jetzt OP sein Ja Ich bin eher Solution Und ihr seid eher so So Ja ist das Nerdy Game gut Du wickelt sich von OP auf Broken Power Level 019000 Ja In Endrage Modus Die sind so ekelhaft diese Flugviecher Eben Da musst du extra hoch springen ne? Ja Sonst hört man die gar nicht Die eher Level Ja für die Normalstäblichen Was geht ab? Was geht ab? Gleich ne Runde Tryharden Haut auf Haut auf Neitzel Tryharden? Fünfter Orden? Hm Nein Platin Platin W Lust über die Eier Giert Oh mein Gott. Oh, ist meins. Könnt ihr euch verpissen. Jetzt hab ich den Hammer. Na eben, jetzt hast du keine zwei Einheitsschätter mehr. Oder doch? Hab ich. Das ist meine andere andere. Oh no. Ich hab doch einen leichten Angriff und einen schweren Angriff. Oh. Cool. Wenn der Ulti abgeschwindet. Ja. Ich hab eh nur so 25 Jahre pro Tag. Jetzt ist es schon voll geil. Immerhin. Immerhin sagt er. Ich kann mich noch dran erinnern. Die Gandalf ist ziemlich OP in die Rückkehr des Königs. Das Spiel. Gandalf? Ja. In die Rückkehr des Königs. Aha. Ich hab ja die Rüstung bekommen. Und ich seh jetzt etwas anders aus. Ein altes. Auch. Gut. Spielt ihr denn gerade jetzt wieder euer Sacred? Ja. Ja. Macht eigentlich recht Spaß. Wenn man seinen Kopf abschaltet. Ich muss danach irgendwie Kafashimas Gehirnjogging spielen. Um das hier wieder auszugleichen. Ich muss danach Minesweeper spielen. Dummstes Gemetzel. Ja. Ich könnte glatt bei Dead Island als Zombie mitspielen. Aber ist echt so. Als Wasserleiche. In Dead Island spielen die ja nicht mal Wasserleiche. Da ertrinken die. Ach stimmt. Die können nicht schwimmen. Erst ertrinken die. Einfach nur den Kronen des Bodens. Und dann ploppen die auf. Ja. Und bei Dead Island 2. Sind die ganze Zeit an der Oberfläche. Und. Gehen dann auf den Boden wenn sie sterben. Aber ploppen dann nicht mehr auf. Ich hab an Ellbogen so einen hässlichen Mückenstich. Ist das so? Oh. Kannst du dich vereisen Micha? Ja. Den mit Haarschaden. Ah. Kombo abgebrochen. Das Portal ist geöffnet. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir in die Scherbenfeld. Besschützt die Königin. Gehen ziemlich schön raus. Wir müssen gegen Illidan kämpfen. Verteidig das Portal. Und Illidan ist irgendwo da draus. Der hat mich hochgeschmissen. Der hat mich hochgeschmissen. Der hat mich hochgeschmissen. Ich bin ultra hochgeschmissen. Der hat mich hochgeschmissen. Und der hat mich hochgeschmissen. Der hat mich hochgeschmissen. Ich würde dich hochgeschmissen und ich würde zuerst anziehen. hier ja ein bruchteil vielleicht vier fünf zentimeter ja 3 4 vielleicht du bist tot! warum bist du tot? oh! ich hab gleich wieder ulti ready ja wie sein ist er auch schon tot ich kann mich nicht wieder den fahrzeugen dafür halte ich aber auch nichts aus die schnauze musst du auch nicht hinten ja aber ist doch ganz normal dann, ist doch balanced ja die carries halten auch nichts auszumachen 10.000 mal mehr schaden als ein tank da vorne easy oh oh mein gott i am born and raised wastelands so angriff, verteidigung das ist ein schaden von nahkampfangriff das ist schwul noch zwei kapitel zwei unterkapitel dann haben wir das abgeschlossen und dann kommt noch kapitel 4 ja machen wir irgendwann sicher? es macht grad voll spaß bist du dir sicher? ich hab gar nichts anderes zu tun deswegen macht das spaß mal ein level pokémon zu probieren ja spiel pokémon ja spiel pokémon bist du nicht so der pokémon fan? doch aber ich kanns heute einfach nicht mehr spielen achso wie bist du erwachsen geworden? willst du mir das sagen? nein ich hab die shoutcaster gesehen die bei pokémon ne ne soweit gehst du nicht du willst du nicht enden? nein auf dem zeitplatz die waren aber echt schon sehr heftig ich mein bei lol sehen die voll normal aus bei lol sehen die sogar noch richtig hier als würden die noch in die maske kommen unseren scheiß mit anzug unseren scheiß ja die sind auch nur jeans so was die die sehen alle aus wie ocelot nur dass der schal fehlt also gut ja wir haben eine igelfrisur ja pokémon ist halt ein krasses nerdspiel ja im gegensatz zu lol ja lol ist ja mittlerweile schon ne ja ja aber wir haben es natürlich schon gespielt bevor es cool war hälfte granate was alter scheiß ja ich bin eingefroren hehehe jetzt ist der eingefroren macht das einer von uns? ja ich glaub ich wie hast du mich eingefroren? sind die feier mit Zeigefinger wird schon tauch ich spiel grad pokémon oder was? ja ich bin pokémon ich spiel gerade nidorin nidorin? hier rede ich nicht, du lachst er sagt, spielt ihr unbenannte person pokémon oh cool, die rüstung ist irgendwie stärker als meine jetzt, wieso auch immer schlechter als meine wer ist denn der noch? trunken rum oh, ich hab zwei ächse, fett